Hallo und herzlich willkommen bei Garenzeile. Die Schädlinge machen auch nicht vor dem Gewächshaushalt. Das Problem ist, dass die Nützlinge nicht so schnell eingreifen können wie in der freien Natur. Deshalb muss man selbst tätig werden, damit die Schädlinge nicht überhand nehmen. In diesem Video zeigen wir euch, wie ihr mit einfachen Mitteln Blattläuse im Gewächshaus bekämpft. Wir wünschen euch viel Spaß dabei. Die Natur weiß sich oft selbst zu helfen. Als erstes sammeln sich jedes Jahr an unserem Holunder die Blattläuse. Dann folgen die Nützlinge, wie die Larven der Schwebefliege, Florfliegen oder Marienkäfer. Auch Schlüpfwespen bekämpfen die Larven erfolgreich. Habt ihr in euren Garten naturnah gestaltet, werdet ihr neben den Blattläusen auch die Nützlinge entdecken. Da sie sich nur selten im Gewächshaus verirren, könnt ihr etwas nachhelfen. Wir haben dafür den Holunder gezielt nach Larven des Marienkäfers gesucht. Diese lassen sich besonders leicht umsiedeln. Wenn ihr eine Larve gefunden habt, schneidet am besten das Blatt ab, auf dem die Larve sitzt. Dann legt das Blatt auf eure befallene Pflanze. Die Larve wird später von selbst überwechseln. Für gewöhnlich läuft sie erst einmal eine Weile oben her, bis sie die ersten Blattläuse vertilgt. Findet ihr in eurem Garten keine Marienkäferlarven, dann könnt ihr auch welche bestellen. Dazu haben wir bereits ein Video gezeigt. Wir verlinken es euch hier nochmal unten in der Videobeschreibung. Aber Achtung! Haben sich bereits Ameisen der Blattläuse angenommen, sollten die Larven nicht eingesetzt werden. Diese werden nämlich von den Ameisen bekämpft und verlieren häufig dabei ihr Leben. Unter diesen Bedingungen sind andere Mittel effektiver. Direkt aus dem Garten könnt ihr Brennnesseln sammeln und diese zu einem Sud oder zu einer Jauche verarbeiten. Wie ihr eine Brennnesseljauche herstellt, findet ihr in einem anderen Video von uns, das wir euch unten noch einmal verlinken. Die Brennnesseljauche darf nur verdünnt angewendet werden und wird direkt auf die befallenen Blätter und Stiele gesprüht. Wenn ihr die Pflanze außerdem gießt, stärkt ihr sie zusätzlich. Hilfreich sind auch Milch gegen Blattläuse. Sie wird im Verhältnis von 1 zu 2 mit Wasser gemischt. Etwas Öl verstärkt den Effekt. In der Milch ist Lecithin enthalten. Dieses legt sich wie eine Schicht um die Blattläuse und sorgt dafür, dass sie ersticken. Nebenbei hilft Milch an einigen Pflanzen dem Mehltauf vorzubeugen. Ein weiteres hilfreiches Mittel ist Kaffee. Hierfür verwendet ihr euren übrig gebliebenen Kaffeesatz. Dieser wird nochmals aufgebrüht, durch ein Sieb gegossen. Den abgekühlten Kaffeesud gebt ihr in eine Sprühflasche und verteilt diesen auf den Blattläusen. Das im Kaffee enthaltene Koffein wirkt auf die Blattläuse wie ein Nervengift. Generell ist Vorbeugung die beste Maßnahme. Überprüft eure Pflanzen regelmäßig auf Blattläuse. Sobald sie die ersten entdeckt, könnt ihr sie mit einer Böste von der Pflanze wegfegen. Wenn es euch nichts ausmacht, könnt ihr sie auch zerdrücken. Befallene Blätter können abgeschnitten und entsorgt werden. So haltet ihr die kleinen Sauger im Schach und verhindert, dass sie zu einer großen Population werden. Wir hoffen, euch hat dieses kleine Video gefallen. Wenn ja, dann lasst uns doch gerne ein Abo da, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Falls du eher ein Freund des schriftlichen Wortes bist und dich für das Thema Garten interessierst, schau gern auch auf unserem Gartenmagazin unter www.gartenzeile.de vorbei. Bis zum nächsten Mal.